Ja, es muss ein, sagen wir wie es ist, es muss ein Umbruch her, um endlich diese Kehrtwende zu schaffen und gegen Wien-Wiesbaden am Samstag wichtige drei Punkte einzufahren und diese zwei wirklich schlechten Spiele vom FC Schalke 04 vergessen zu machen und damit Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des S04 heute Dienstag, erste Einheit um 10, heute Nachmittag wird nochmal trainiert. Es muss natürlich auch mal ein bisschen ordentlich Gas gegeben werden und das heute, ganz ehrlich, heute war irgendwie anders das Training. Es war lauter. Thomas Reis hat das Training geleitet, hat mit den Spielern aktiv gesprochen, wurde auch mal lauter. Der lauteste auf dem Platz neben Ralf Herrmann ist sowieso immer Marius Müller. Auch heute hat er seine Vordermann ordentlich angespornt, sagen Sie mal so. Und das haben wir ihn auch gefragt. Ist das sein Naturell? Ist das sein Anspruch, auf dem Platz immer laut zu sein und den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben? Ja, ich will nicht sagen, es ist ein bisschen mehr Naturell, aber ich lebe davon. Ich versuche immer zum Training zu kommen und erst mal auch meine 100 Prozent zu geben und wenn möglich darüber hinaus. Aber ich sehe es auch als Pflicht an, weil ich jetzt auch einer der Erfahrenen bin, da einfach halt vorne weg zu gehen und auch Farbe zu bekennen, ganz klar. Aber es liegt auch natürlich auch in meiner Persönlichkeit, dass ich sowas mitbringe, dass ich sowas auch umsetzen kann. Und das kann nicht jeder am Platz. Das ist auch nicht von jedem verlangt. Aber natürlich die, die es können, die, die das mitbringen, von denen wird das dann halt in gewissen Phasen verlangt. Und es ist auch entscheidend, dass du das nicht jetzt anderthalb Stunden im Training machst, sondern du musst wissen, zu welchen Punkten du auch aktiv einwirkst. Weil eben, wenn wir jetzt anderthalb Stunden uns alle gegenseitig volllabern, bringt das am Ende des Tages auch nichts. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Typen, die wir haben, mit ins Boot holen und dann jeder noch zwei, drei an die Hand nimmt. Und dann ist auch nicht Hopfen und Malz verloren. Also dafür sind wir noch zu früh drin. Ja, die Mannschaft braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Und da spielt vielleicht auch nicht unbedingt die Rolle, wie die das anstellen. Die drei Punkte müssen definitiv her. Und ja, heute beim Training, ja, nichts wie große personelle Entlastung. Auf jeden Fall ist Simon Trodde wieder zurück auf dem Platz. Der hat heute mittrainiert. Paul Seguin weiterhin in der Belastungssteuerung. Und ja, für Danny Latza sieht das wahrscheinlich schlecht aus. Das wird dann Samstag nicht spielen können. Dafür ist aber heute Jimmy Kaparos von der U23 mit ins Training gekommen. Der könnte theoretisch auch auf der Sechser-Position spielen. Aber nach den heutigen Trainingseindrücken gehen wir mal davon aus, dass Niklas Tauer und Lino Tempelmann auf der Sechser spielen werden. Haben sie auch eigentlich ganz gut gemacht. Ja, und vielleicht gibt es ja in dieser Woche noch einen Neuzugang, der vielleicht dann auch noch auf der linken Verteidigerposition zum Einsatz kommen würde. Ich glaube nicht, aber nichtsdestotrotz einen Neuzugang, den können wir schon noch hoffen. Ja, neben den ganzen durchwachsenden Leistungen, ich würde ja sagen schlechten Leistungen, hat einer immer hervorgestochen, neben Marius Müller, Assan Uedraogo. Der hat immer gezeigt, spielt ohne Druck. Und das ist auch die Erklärung zum Beispiel von Gerald Assamore. Der sagt, ja, der hat halt einfach, der ist jung, der ist noch unbedarft, der hat nicht diesen Druck im Kopf und der spielt einfach frei raus. Die gleiche Frage haben wir dann auch Marius Müller gestellt. Und er hat eine ähnliche Antwort. Ja, Assan hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Definitiv. Nochmal, am Ende des Tages ist Fußball. Wenn ich dir alles erklären könnte, dann würden wir nicht so zwei Spiele vielleicht hinlegen. Es ist immer natürlich schwer, warum, wieso, weshalb. Am Ende des Tages ist es vielleicht auch ein Stück weit Unbekümmertheit, die Assan mit sich bringt. Er ist einfach ein sehr guter Fußballer, habe ich ja auch schon mal in einem Interview gesagt. Er bringt sehr, sehr viel Qualität mit und das kam ihm dann am Samstag auch zugute. Und man war dann auch froh, dass wir dann wenigstens ein Lichtblick hatten. Ja, das komplette Interview mit Marius Müller, das gibt es natürlich hier auch auf unseren Schalke-Seiten, des Medienhauses Bauer. Im Laufe des Tages werden wir dann das Interview online stellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017